Toffel! Vielen Dank für dein Abo! Jawollo! Vier Monate schon! Zeigst du mir ein Toffel? Hast du Bock? Ich hab meine Schlange! Party! Ich hab gar nichts. Also das. Ich bin eine rote Karte. Wenigstens kriegt rot. Wenigstens ist blau nicht dabei. Gelbe Karte gibt es eigentlich auch noch, aber ich weiß nicht ob ich gehe. Geräusche. Eispitzackel. Geil. Lampe. Lampe. Aber passt nicht. Ich kann es nicht. Ich brauche immer noch eine neue Maus, ey. Hi Luis. Also ich hab dich stumm geschaltet, aber ich hab dich gerade über deinen Papa gehört. So. Gehen wir hin. und raus. Und raus. kann meine kutsche von weitem sehe ich sie ich höre sogar fährt exklusive mit dem leberkäse leberkäse hier gibt es extra oben drauf ich gehe mal die tanke der boke holen was ist rum liegt aber ich habe gerade in der nähe ich glaube weiter komme ich nicht ich brauche erde er als element sind die gibt es immer noch hätte ich gern wasser er sagt bescheid wenn du erde findet das ist eine großforderung von mir ich muss jemand mit feuer und erde treffen ich habe ganz viel tanke genommen wenn unser auto schwer werden muss oh sehr gut sehr gut dann kann ja nichts passieren jetzt brauche ich nur noch eine waffe nachwaffen werden überbewertet mit dem waffen spielst du oder was mit mir nicht du kleine ich bin auch der einzige in der stadt kann das sein ich habe keine waffe verdammt ich habe waffen wir waren doch immer wochen vielleicht brille aufsetzen oh ich bin wirklich gut ich gebeisma mach ich es ich bin es es würde ich bin ich bin Okay Ich glaube du hast keinen führerschein Ich okay So Müssen wir mal gucken ob wir irgendwo noch Waffen kriegen Ich hab eine Waffe Ja ich habe eine ein Maschinengewehr Wow Ist gut mit Pumpgun Ja Pumpgun ist nicht schlecht Oder ich habe eine G Klasse So Oh musst du nicht unbedingt Ich brauch noch Kieselsteinbändigen Brauch ich noch Kieselsteinbändigen Ach das ist das Ja ich nenns gerne Kieselsteinbändigen Oh Schüsse Ja Versteckung ist schon auf dem Weg Ich guck dass ich jetzt mal schnell eine vernünftige Waffe kriege Da muss doch mal was da sein Nur noch Fleisch Nur noch Fleisch Nur noch Fleisch Nur noch Fleisch Oh ich hatte eben auch äh Schnitzel habe ich mir gemacht Mit Käse überbacken Ein paar Kroketten dazu Oh lecker Guck mal ich hab perfekt eingeparkt Ich bin extra gegen die Wand gefahren Wo? Ah mit dem da Mit dem schwarzen Mh Ich nicht 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 Ey du bist meinst du jetzt Das ist verboten Das Auto muss neu geparkt werden Nö Hhm 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 Können wir hin gehen gehen Weiß der Yoda sagt nein Hhm 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 Ersteht dann Hhm Hhm Ersteckil Hhm 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 Ich brauche Feuer Ich brauche Kieselsteine. Hier ist Feuer. Ja, Feuer habe ich ja schon. Ich brauche Kieselsteine. Ah, wo du eben gesagt hast, ich brauche Feuer. Feuer habe ich schon. Ich war da schon beim Tempel des Feuers. Mhm. Feuertempel. Tempel. Okay. Siktum. Oh, ich höre was. Ich kann es nur nicht zuordnen. Hallo? Oh, ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Ja. Wo ist das hier? Haus gemacht. Hallo? 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 Ich habe zu viel, ich habe zu viel Heilung. Ich bin ja da. Jetzt will ich nur noch einen an das Netz bezahlen. Dann habe ich alles bezahlen. Oh. Oh. Wer schießt. Du bist ein Nausgehn. Ich habe noch einen. Gehen. Zweifacher Headshot. Geht. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Wollt ihr mich mal hier hinten dazu stunden, oder? Ja. Wir sind gerade auf dem Weg. Ich habe noch einen. Geht. Jackson solche Scho Das war easy. Ich war ohnehin nach oben. Da ist nur eine Panzer. Warum haben wir jetzt so eine Panzer? Ja Toffel, das wird doch Chaos werden. Garantiert. Ja, eigentlich war ja heute SOT dran. Eigentlich. Ja. Ja? Was habt ihr zuerst gespielt? Als Fortnite? Wir haben vorhin das neue Star Wars Spiel gespielt. Jedi Survivor. Das war ganz gut. Ja, und das war richtig gut. Mhm. Äh, wo ist eine Werkbank? Ich muss nicht... ...ein gehen. Ich kann mir eine epische Waffe leisten. Hmhmhm. Und ganz viele Schocken von Atten. Ich kann mir sechs Stücke kaufen. Ich kann mir sechs Stücke kaufen. Immer sechs Stücke nicht. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Luft. Aber kein Waffe. Ich brauche Erde. Hm. Ah, vielleicht ist da drüben Erde drinne. Wer weiß. Hier falls jemand braucht. Juhu. Ich hab Windständigung. Na, wer schwimmt denn da? Andere. Natürlich ist keine Erde mehr drinne. Aber das hier brauche ich. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh. Oh. Ich bin schweif. Ich brauche Erde. Ich habe. Ein. Und ran. Gehen wir dann äh hinter dir sein. Mal so. Ah. Schön. wir sollten mal richtung zu so langsam mal gas geben ich hab dich nicht richtig verstanden ein bisschen leise ja genau oh ne die nicht das war ein anderer oder oder täusche ich mich da gibt es ein anderer jetzt ist er ganz kaputt ok komm lass mal ein bisschen richtung zu insel Sollen wir hoch? Ja. Okay. Wer sagt sie hier? Aber bist du? Wenn Oster sagt sie anders. Ich bin noch da. Was genau machst du da? Oh, guck mal da. Scheiße, du hast mich genockt. Wir müssen eh da, wenn die Zone kommt. Scheiße. Nee, ich bin noch nicht in der Zone. Boah, ich treff überhaupt nichts. Wie kann das denn sein? Nein. Ah, jetzt hat er einen getroffen. Oh, ich glaube wir kriegen gleich Besuch. Oh, oh. Oh nein. Schnell. Warum öffnet sich nicht? Oh, verdammt. Oh, ich dachte der Gleiter öffnet sich, wenn ich da runter springe. Nee. Aber die hat einen Kieselstein. Warte, lass mich doch schießen. Äh, wir hatten die Kieselstein. Ja. Ist ja auch ganz ideal da hinten. Warte, ich bin los. Wenn du dich los hast, kannst du zu. Eh, ich denke. Bist du dich dran? Bist du dich dran? Ich mich denn selbstawan? Ich vergisch. Oh, da kommst du. Ah, das wird nichts mehr. Ja. Ein HP würd ich sie mal behaupten, ne? Eins, genau. Genau eins. Oh, wie geil. Ich bin zu weit weg, wir müssen ohne mich spielen. Alles gut. Wir sowieso nur noch zwei Leben. Kriegen wir hin. Zwei Stück? Ist ja lächerlich. Hier ist übrigens Glut. Bevor du hier runter solltest. Hier. Wische. Schnell. Wo bist du denn? Da ist eine Banane. Da ist eine Banane. Wir müssen weiter und zwar schnell. Wir müssen nämlich sofort weiter. Ich habe den Sinn. Du kannst übrigens, solange du unter Banane stehst, sogar springen. Ja, ist mir aufgefallen. Geil. Ich steige schnell ein. Ja. Mit Mobsgeschwindigkeit. Oh, warte. Also ganz schnell gehen muss, ist keine Zeit. Mhm. Oh. Das gehen wir so krass. Ich habe eine Banane, aber ich habe keine Zeit gerade. Das ist meine Banane. Das ist meine Banane. Das ist meine Banane. Das ist meine Banane. Ich habe alle auf hier. Hast du nicht? Danke, Mädchen. Nein. Oh. Ich meine, wir beide. Ohne meine Fahrkünste wärst du nicht mehr da. Stimmt. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Ihr könnt gleich mitkommen. Wir kommen gleich mit dem. Zu den Ferien. Oh, wir nicht mehr. Ich habe die Quest jetzt schon erledigt. Hier unten ist Murad, der Pilot, gelacht. Murad, der Pilot, euer. Sein Ziel war wohl der Jedi-Tempel auf Khorosan mit den vier Türmen. Jetzt ist die Frage, wo sind die anderen beiden? Hm, wo treiben die sich um? Wir sind zu viert, doch zwei Gegner! Ich schieße mal auf den Busch. Achso. Mal gucken, vielleicht locken wir sie auch ran. Ja. Da ist einer! Guck, guck, guck. Habe ihn genockt? Nein, das ist nur einer. Cool. Was für uns? Ich bin eine Biene. Morgen darf ich erstmal noch früher aufstehen. Wo, was? Warum? Ich habe morgen wieder Berufsschule. Muss wieder soweit mit dem Zug fahren. Da snipet irgendjemand! Wo denn? Wo sind wir? Warte mal. Unten am Bunker? Da bin ich. Oh ja, ich höre auch was. Er ist da hinten. Da hinten. Holt ich mal meine Sniper raus. Ja, er muss eh zu uns kommen. Wir fangen ihn ab. Er muss eh zu uns. Mhm. Ja, ne, der ist Richtung Bägen. Aber er muss zu uns kommen. Das ist das Gute. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Okay. Jetzt müssen wir nichts vor. Boah, Pfeffer. Woh. Jawohl, Mann. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hehehe. Ra, ra, der Asputin. Lover of the Russian Queen. Sehr gut. Dann gab's einen Schluck. Dann habe ich noch einen Schluck Zielwasser. ist erst die dritte heute das geht ja das geht ja noch manchmal nenne ich das frühstück ich hab noch vier dosen bier in der schublade liegen also für die arbeit ach so das spezielle ich bin mal noch einen neuen skin das ist das ein engel ja und sich auf 14 halbe stunde klingt gut in der halben stunde ist 20 45 44 jetzt ist 45 ja dann haben wir ein gutes stündchen fort noch gezockt doch der ist auch dabei computer sagt nein krönender erfolg emote ausrüsten ich bin ein engel in der engel meiner hose ich habe ich kann machen dass warme luft stinkt ich kann ich kann normale luft stehen lassen drückt bereit ich kann auch wenn ich hab ich kann auch wenn ich hab ich hab sie nicht aber ich hab sie nicht aber ich hab sie nicht Kommen wir los. Kommen wir los. Sie muss so gut gehen. So, das ist halt so. Das ist alles ganz schön. Irgendwie passt der nicht mal aus. Meins oder deins? Meiner. Die Midgard-Schlange. Die Midgard-Schlange. Hm. Hm. So, jetzt aber. Kibi. Gucken wir mal hin. Die Midgard-Schlange. Die Midgard-Schlange. Die Midgard-Schlange. Stopp. Ich lege dich nicht. Die Midgard-Schlange. Hä? Montana Black auch. Die Montana Black? Ja. Guck, guck, guck. Hallo? 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 Hallo, Mann? Hallo? 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 Komm auf die dunkle Seite. Gibt es eigentlich bei den Spitzhacken auch Unterschiede? Oder sind die alle gleich vom Zerstörungsgrad? Von Zerstörung, ja. Ja? Gibt's ja Stärker und Sprecher, oder? Nö, es gibt's einfach nur so. Achso. Achso. Okay, nur kosmetisch. Da klappt mal eine Spitzhacke, die schneller geschlagen hat. Aber die wurde schon lange... Nö. Wo willst du denn hin? Bleib drin! Okay. Also wie immer. Er fliegt doch immer woanders. Wir fliegen alle zu Gabe. Gabe ist schön. Außer Mischel. Der will mitsterben. Genau. Sterben ist cool. Ja, wenn er das mal mein Glalter sehen soll. Das Feld räumt mit euch auf, ja. Hehehe. Oh, hier. Im Anhänger. Ich glaub, Feuer. Mischel. Wir machen nicht ein einziger Weg hier. Luft. Unnötig. Oh, lass mich mal rein. Nimm mal Luft mit. Ja. Ich brauch alle vier Arten. Ja. Okay. Ich hab's eingesteckt. Wir haben ja gar nicht. Ja. Du kannst ja von uns hochfahren. Mit der Luft. Komm zu uns auf die helle Seite der Macht. Die Macht ist stark in dir, junger Paderwan. Ja. Na, ich bin schon gespannt, wenn du das Ende erweist. Wird schwierig. Dann fängt der Spaß an. Also der Endkampf ist, selbst wenn es doch im Russen ist, ein bisschen schwieriger. Ja, aber cool. Das ist ja in Ordnung. Ivo, best hast du dich verfolgt, ne? Ich da gekämpft hab wie ein Bekloppter. Alter, was. Bossfights. Ist nicht so meins. Ja, dachte ich auch am Anfang. Und dann auf einmal wird es richtig geil. Mir war auch am Anfang so ein bisschen... Was ist das denn? Und dann warst du dann doch am Fiebern. Au, ich hab zweimal Wasser gekriegt. Ja. 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 Oh, hier. Saft. Michel! Ja. Ich stand gerade unter dir. Ich hab' von zwei Kills. Michel, komm hoch zu uns. Wir vermissen dich hier oben. Michel, wie viele Käfer hast du? Äh, noch, ähm, gar keinen. Hast du Luftbändigen noch behalten? Jaja. Sehr gut, weil ich... Jetzt brauche ich nur noch Feuer und Erde. Ich habe eine Bände drin. Aber ich glaube, Feuer kriege ich jetzt hier raus. Ich habe irgendwo voll Feuer gesehen. Das im Hänger war Luft, das habe ich eingesteckt. Ja, ich habe Feuer, Wasser, auch nur noch Stein und Luft. Also nur noch Stein. Ah, Luft hast du, ja. Nee, ich habe keine Luft. Jetzt habe ich Luft. Jetzt brauche ich nur noch Stein. Bitte haltet die Augen auf, nur nach Stein. Das wäre sehr nett. Weil da bin ich da ultimative Avatar. Äh, das steht gar nichts. Das steht gar nichts. Was brauchst du bei den Stein? Ja, das ist so gut. Obwohl, dann kann ich ja mal zum Lufttempel pausen, weil der fehlt mir auch noch. Lufttempel? Komm schon hin. Ja, Michel, komm, wir fahren zusammen. Ja, ja. Warum passt du nicht mehr zu mir? Ich bin direkt hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Oh. Geht das unendlich lang hier? Also da ist fahren, ja. Ist ja cool. Alter, was kam dann angeflogen? Ich bin direkt hinter dir. Wo ist denn der Karte? Ja, den habe ich auch. Ich hab den gerollt Ich hab den gerollt Dann hab ich ihn auf den gerollt So, dann fahr ich weiter So ein Lufttempel Woll bauen ist das beste Woll bauen ist das beste Ich fang schon langsam wieder an Fortnite zu verfluchen Und das ist denn FSK Ü40 Oh Wenn ich anfangen zu fluchen Und zwar richtig Hehehe Irgendjemand schießt auf mich Ja dann rennen Die sind grad Nicht zu harm Aber die sind schon volle Erdbedingung, ich hab sie Oh cool Jetzt bin ich der Avatar The ultimate Avatar Aber zum Luftempel Ich würde auch fassen hier an den Gegner rufen Nö Also würde ich einen Franz umlegen Wir sind alle beim Mond und im Gegner Ah, man kann schneller Okay, das musst du nicht Ich bin erstaunt Aber warte Wir warten kurz hier und dann Okay, schau mal ab 64 Ich bin da Los, wir kommen weiter Wir kommen Aua Aua Fuck, Alter What the hell Nutz deine Luft um die Haare Aua Komm los, komm mit Wir hauen ab Wir gehen Luis wetten Lui Was willst du denn? Wurscht jetzt nicht unnötig rein Hier, ne? Hihihi Ich kann mich nicht aufteilen, ne? Mh Mh Warte bis zur Seite So, Cottbus Boah, Scheiße Wie kann denn der Idiot jetzt her? Wo war denn der? Auf dem Baum oder was? Mischl, hol du Dings die gerade Und ich hole dann gleich Cottbus Deine Ah, da war ja noch irgendwo einer Ich hab den nicht gesehen, habt ihr den gesehen? Ich hab den nicht gesehen Eine richtige Fortnite-Familie seid ihr, ne? Ja, meine Frau spielt jetzt mittlerweile auch, ja Kommt schon wieder an, aber meine ganzen guten Waffen weg Ja, retten kann ich da vorne grad nix Nö, alles gut Und wenn du jetzt alle vier Elemente hast, was ist dann? Bist du der King? Ja, ne, war ja nur für ne Aufgabe Ach so, okay Dann hab ich alle vier Elemente Hm? Dann hab ich die Alimente Alimente Alimente? Mhm Ja, Mischl, hol du schon mal wieder Genau Oh, da ist jemand Oh, da ist jemand Verdammt Darkst Ja, dann Rie Komm her Scheiße Zu spät Aber auch mit an? Jetzt muss der Avatar die Welt retten Mhm Mhm Auf Jawoll Jawoll, sehr gut Ja, warte Bin ich umsonster Avatar Aber das ist gut, da gibt's dann ein klein bisschen was zu looten Alles hat seine reine Kräfte ich habe hier zu ding geöffnet ich wollte mit dem reden ich will doch nur eine waffe so jetzt irgendwo kommt hier schon wieder irgendwas her was ist das da habe ich vorhin auch schon gedacht was ist das denn jetzt mit der pumpgang und dann zu bank dann Danke. 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 Komm. Oh, was ist da? Oh nein. Ich darf doch den Avatar. Das ist kein Avatar. Ich bin ein Avatar. Ich bin ein Avatar. Ich bin ein Avatar. Ich bin der Batman. Ich bin der Batman. Ich bin der Batman. Oh, oh, Zone. Da. Ja, aber ich frage schon mal vor. Und wir sollten Gegner meiden gerade. Ja, ich glaub's auch. Ich bin der Avatar aus dem Busch. Da haben schon ewig keinen Vor-Ordner-Mil. Ja, ne? Ja, ne? Aber was haben wir schon mehr? Irgendwo schießt er hin. Öti macht da Alimente. Ja, warte bevor du denn immer killst. Ich muss noch einen mit meiner Wand hochschleudern. Ich wollte nämlich voll killen. Und jetzt, dann gibt's da mal eine Idee. Stein. Oh, das war so kalt. Stein. Ich steinige die Leute. Hmhm. Sieh was, sieh was. Äh, er was, er was. Hm. Das war kein Wort. 13 Kills. Und das nur mit Elementen. Hm. Du, ich setz dich mal bitte hin. Ui. Ja, ich geh nicht. Also auf die Insel sollten wir nicht hochgehen. Bevor der Mischel wieder runterfällt. Ja, genau. Haha. Wie sehen sie es nicht? Kindergerecht für Mischel. Nee. Okay, sie macht aber Spaß, die Klappe, oder? Da los. Da los. Da los. Ach komm, wir gehen jetzt hoch. Was soll's. Ähm, wo geht's da hin? Mhm. Da oben. Ja, hoch, hoch ist ja einfach. Das runterkommen ist so schwer. Da oben gehen. Ich hab Flügel als Gleiter. Hast also. Ja, stimmt. Hier packst du oben auf, dass du ne Ketsch abgemacht musst. Ich geh jetzt noch hin. Einer Porsche. Seid hier oben, ja? Ja. Nee, wir sind ganz tief unten. Ja, im Leben sind wir ganz weit unten, ja. Ey, der soll doch nicht. Der will keine Loot haben hier, oder? Mischel. Solltest man vielleicht von der Kuppe runterziehen. Na gut. Wir sind ein bisschen hier. Ankergarten. Schau mal auf. Eine kleine Kuppe. New. Noch nicht. Steiin. Steiiiine. Steiiin. Steine gelübt die Leute von oben. So jemand? Gomnian. Oh hier. die scheiß schrotflinden hier kommt einer hoch ja hier oben ist einer scheiße 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 ich bin da drunter gefangen der hier oben ist wichtiger als da unten wo ist er vielleicht ich suche wo ist er denn der ist hier hinten bei mir ich bin bei dir ja der verkennt sich hier oben hallo wie ist denn das ja wir kriegen gleich hier noch so kommen bisschen mehr Begeisterung Louis hh 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 von meinem Vater und hier runter Michel und ich setze Luft ein ja einfach mir hinterher wir gehen den Kampf aus dem Weg oder wir machen es ganz taktisch Blitzkrieg 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 schiff blitzkrieg Louis ja komm ich bin jetzt geknitt auch schon da hinten er ist ein paar er komme hier umgehen gehen den baum jetzt sehe ich jetzt okay ja hier mich doch weiter ja mach ich doch da unten sah einer wo ich eigentlich gar nicht weiterspielen habe ich verkauft allein kriege ich das eh nicht mehr wir glauben an wie ich geschafft das genau hab selbstvertrauen spüre die macht in dir blöd ja ich habe weder hier ich habe mich nur um wasser ich habe einen Kopf in dir ich bin so sch... ich bin so sch... da genau jawoll genockt ersten hast du schon das sind abzeichen mit der jungen oder der beste vom büsten ja da sieht man ja wo du dieser goldene kreis ist doch der medaillon eins gegen eins meine chancen stehen schlecht wir haben sich vielleicht um ein paar prozent erhöht oh er ist hochgekommen rechts da ist er jawoll ich dachte es sind du gewinnt ja ja so m 20 über 40 eine runde noch oder wird meine frau spielt auch noch eine mit ja cool er kommt mal raus den muss man den deck bringen oder antassen ich hasse diesen neuen spinnen der ist komplett scheiße ich kenne nur den der ganz alte der war geil noch am besten aufgeräumte definitiv besser da haben wir noch sachen schnell gefunden als sie verstehen ich bin hardes koppelses zeus eigentlich muss ich dazu nicht stimmt ich kann ich ja wieder aber wie kommst du da wieder aus dem mit raus und abbrechen oder das wollte ich noch bereit machen kann ich gar nicht jetzt macht immer bereit jetzt Warte, ist dumm. So, einfordern. Stumm. Schau. Tumm. Na? Laut schalten. So, jetzt. Jetzt hört man mich. Kamiamiha. Den hab ich auch. Sieben. Was, was heißen die Zahlen? Eins und sieben? Wie viele Kronen. Wie viele Kronensiege man hat. Okay, okay. Aber nur in Reihenfolge wahrscheinlich, oder? Na, Siege, die man mit einer Krone hat. Warum muss ich die nochmal reinmachen? Sau oft? Ah. Ne, so oft. Die werden jedes ins Tor gesetzt. Ach so, okay. Ha, Pizza. Ciao, Bella. Hm. Wisst du das nicht? Was ist das denn? Ja. Ein alter E-Mode. Aha. Aktueller denn je. Bei der Gender-Politik. Ja. Kann ich die auch in die Politik einführen? Die Schlange? Ja. Ja, die wollen eine Schlange einführen. Ja, ich übernehme mal kurz. Ich bin da nur gegangen. Hier kannst du das. Oh, nee. Ist das so, als wenn du durchs Grün im Wasser läufst? Nö. Wir sind in den Geflitter-E-Mode. Ach so. Jetzt habe ich wieder ein dunkler Nummer. Jetzt habe ich wieder... Grün. Ah, ja. Stimmt. Oh Gott, wo süße Wolke hast du da. Hahaha. Warte. Betont deine Augen. Hahaha. Oh ja, das passt. Hahaha. Mal schauen, die Männer stehen drauf. Jaja, ich wollte es gerade sagen. Hahaha. So unpassend, unpassend. Genau. Da hinten. Immer den gelben Schimmel hinterher. Hahaha. Man kann's natürlich ja woanders hingehen, aber... Also wenn du überleben willst, können wir gerne... Also wenn du nicht überleben willst, können wir auch gerne woanders hinladen. Hahaha. Dann muss ich jetzt mal eine Verlöftträcke machen. Sammle Fische. Ich glaube, ich muss mal angeln gehen. Hahaha. Das ist bei mir. Sammle Barren ein oder gib Barren aus. Okay, meine Barren sind voll. Einen haben wir weg Stunden bereits auf Eis tychuseíz. und DIFFERENT получится? Appreciate das. Aber erstmal meine Barren alles zu Hause sein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein, nein. Nein. Wenn es esses hier drin ist,eder ist es meine Farme. 30 χun orchestra. scholarly haben Sie das hier sind gibt. Wasser fand ich ganz gut. Ja, Wasser ist mir das Beste. Hast du das Ding nicht richtig dran? Hast du überhaupt jemanden? Nicht so gut. Erster Kill. Kill Skill. Ich brauche eine Angel. Wollte eine Granate zum Fischen. Ja. Nicht so gut. Nicht so gut. Mächtiger Badaboom. Ich hab Barren ausgegeben. Erde. Nö, ich brauchte nicht. Verbrannte Erde. Verbrannte Erde. Halt für eine Verwandlung. Geil. 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 Porsche und fahr ich die Gay-Klasse hat man es gehört jetzt komme ich mir vor wie ein Forza jetzt habe ich den Dreh raus ich habe auch noch einsteigen in eine G-Klasse ab voraus kommen wir fahren Rennen an Handbremse und los könnte sein dass du etwas schneller bist als ich etwas denkt er mich von der Straße ab oder ist immer noch mehr hinterher ist alles voll hier raus wir sind alle da am schießen ja wenn ihr euch kümmert dann lasse ich mich wieder bewegen wir sind ja genauso bekloppt wie wir ich mit meinem Auto mit recht ich fahre mit meinem Auto ich habe ihn person geschossen der kommt nicht weit ich habe ihn aufgerufen ich habe ihn auch gefeinigt er wollte ein Stein nehmen ich habe ihn gestoppt aber ich brauche dringend ich habe ihn auch gefeinigt dann geh mal zum Arzt das stimmt das nicht alter Hilfe Mann was tut mir Hilfe gibt es nicht das ist leider ausgebrochen was geht denn hier ab ich brauche das nicht umgewehr Munition boah ich brauche Energy was ist noch nicht das hier ah Heilung kann man ähm und der Untergang steht bevor wir müssen Zeus und den Wächtern des Olympus zeigen wie wichtig die Menschheit ist verdammt ja jetzt ist zu spät jetzt ist er weggefahren ah ok danke das ist jetzt kampf mal den Ausgang genommen bereiten wir dich vor jetzt sie dir wieder zu sein ich gehe weiter ui dazu sage ich nicht nein ey Das ist auch meine Munition. Kein Wunder, dass man in Kriege verliebt. Ja, das sind die, die wir gerade gekillt haben. Hier ist eine Banane für Michel. Oh, das ist nett. Wie war das Sprich noch normal? Ich schiebe mir jetzt eine Banane rein, ihr wisst, was ich meine. Dumm, da. Juhu. Ich kann hüpfen. Jawohl. Hallo. Ich kann es doch wissen. Da, Ränder. Ich kriege da. Oder noch einer. Nee, nochmal. Nee. Jetzt ist ich. Ich denke, es ist nicht. ich habe keine vernünftige knarre auf munition oder irgendwas abhin oh talisman hier ist noch eine banane zu reinstecken ihr wisst was meinet er kann man ja irgendwann die woche nummer in der woche ist es besser als am wochenende ja das stimmt allerdings das stimmt ja wie gesagt wir können ja morgen mal sie auf dieses probieren vielleicht geht es morgen wieder ja in der woche ist halt immer blöd weil in zeit ja die dauern lange die missionen oder sonst mache ich morgen bei jedi weiter und dann vielleicht mittwoch noch mal mittwoch ist halt immer so ein tag ich sagte dann noch bescheid was für mittwoch ist feiertag da haben wir doch die ganze zeit stimmt wohl mittwoch eigentlich sot machen eigentlich ja genau genau kümmer schön den ganzen tag darum schippern ja sagen wir so vormittags ja ich habe heute auch schon überlegen gehabt vormittags anzufangen hat dann nicht so geklappt aber alter hilfe suchen denn alle rum wenn man sie braucht wir haben auch ja da sind die gegner die ich hatte naja aber das ist nämlich das zeichen dass ich jetzt hochführe ich bin der obertränkmeister hier ja gut dann haut rein ja alles klar machs gut bis morgen noch eine ok eine schnelle das war ja auch eine schnelle jetzt wieso höre ich dich nicht also ich höre dich nur über renne aber ich werde ich jetzt bei mir auch komischerweise also ich sehe jetzt einen ausschlag hier das kommt alles von kottbuss jetzt jetzt habe ich dich auch ja jetzt höre ich dich nur ein bisschen leise aber ich höre dich ja dann war das nicht so ich kann doch auch kann man euch einzeln lauter machen also gibt es noch ein match drin und guckst du es nach das kriegen wir schon hin So, einfordern. Das ging jetzt gerade von der Lautstärke. Ah, okay. Ich denke, wir müssen nochmal raus, weil wir sind da alleine drin gewesen. Hä? Ich glaube, du bist da. Das gibt's noch alles im Spind. So, jetzt stopper. Oh, das klingt super. Ich bin immer gespannt, wie weit wir kommen zu dritt. Wir haben jetzt noch aufgefüllt, oder? Nicht auffüllen. Weiß ich nicht. Ach so, das ist das hier. Nicht auffüllen. Wir werden spielen sollen. Ja, dann hast du irgendeinen Fremden drin. Auch komisch. Ich spiele meistens. Wenn der Luis noch mein Mann wollen mit mir spielen, weil ich übersterbe. Ja. Ja. Als Lockvogel dann. Ja, das würde gehen. Die wollen dich nur vorschicken, damit die überleben, ne? Ja. Damit die sehen, woher die Schüsse kommen. Genau, genau. Hab ihn weg, Schatz. Jetzt kommt mal her. Ja. Ja, das ist gar nicht weg. Ja. 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 Da, runter? Ja. Okay. Oh Gott, da sind wir gleich. Da sind wir schon einige Gegner. Jetzt sind wir direkt tot. Dann nützt eine ganz kurze Runde. Ja, dann... Erstmal schönes grüne Wasser. Ja. Ich kann also nicht machen. Ich würde nicht gerne sagen eine kleine Luft cultur. Das muss ich nicht más übernehmen. Ich weiß nicht. Du wieder zu empfehlen, was ich jetzt? Du bist heute? Nein. Das ist heute Morgen. Du bist heute Morgen. gold und nicht eine waffe gibt es doch gar nicht ich kann dir eine geben ich komme irgendwie zu euch auch hier liegt was was haben wir denn da luftbänden naja ich nehme es auch mit völlig Schluss hey hey oh wie höre ich auf? so, ne Waffe wechseln, ok Emilia, es ist jetzt gut Ja, aber du brauchst Limona nicht anzusetzen Ok Hier unten sind immer ganz ganz viele ältliche Kisten, aber da muss man erstmal herunterkommen Nein Da ist eine Kiste Hmm Dann da er langt Und dann gucken wir hier Ich kann es so auch hören, wenn wir in diesem Weltcheck ist Hmm, ich weiß nicht wo die sind, aber Man kann es anscheinend hören Hören? Hmm Wie hört sich denn so eine Kiste an? Ich kann mir das auch nicht vorstellen Jetzt sagen wir uns auch Okay, das war wohl Da ist Da ist Hier ist immer noch eine Kiste Oh, ich verschütze Das war ich Ah, okay Ich hab die Kiste runtergeschüttet Ich hab die Kiste runtergeschüttet Ah, okay Ich hab die Kiste runtergeschüttet Ich hab die Kiste runtergeschüttet So, dass ich nicht so nicht vor einschütteln wollte Das ist eine Kiste Und die Kiste und die Kiste Ich hab die Kiste und die Kiste und ich hab die Kiste Okay, super. Sind wir noch in der Zone? Ja, ne? Bitte? Wir sind aber noch in der Zone, oder? Ja, ja. Boah, was ist jetzt los? Angriff von allen Seiten. Ich komme. Der verdammte Tempel wird geschirmt. Der verdammte Tempel. Oh, okay. Das war der... Pfeifchen. Drei. Oh. 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 so wie die ziehen wir auch weil ich kann uns wasser wasser halt doch ich habe luft verdammt da kommen da kommen sie ja da wo du markiert ist drei stück verdammt ich brauche energie was ist denn das hier schockwellen grenade die schiefen alter weg hier oder liegt immer schnell 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 das war knapp ich 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 Wo ist denn der dritte? Da ist der noch hinter dem Stein versteckt. So, aufgeräumt. Schau mal ganz viel in mein Kiss. Ja. Wo ich mal hier ein Stück nehmen. Oh, geht nicht. Brauche ich einen Koffer. Ups, sorry. Alles gut, kein Problem. Alle kommen. Ein bisschen Schild oder so? Ja, wäre nicht schlecht. Guck mal da hinten ist so ein kleines. Geht das nicht? Wo? Hier wo ich stehe. Wo bist du? Warte. 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 Ryan schießt auf mich. Ja, ich sehe ihn. Wo? Im Wasser. Warte. Oh. Wie kann das sein? Ich mach Dauerfeuer auf den, er dreht sich um und schießt einmal auf mich. Bin tot. Verdammt. Ach so, da steht er, da steht er. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Damn, boy. Hat ihn nicht noch. Ne, Karten nehmen, nicht überleben, weil ich hab gute Waffen. Und seine Karte dann. Und die haben beide. Hab ich beide Karten? Ja. Ne, immer, die gibt's aber. Jetzt, ja, jetzt. Und Vollgas. Wenn du hier in der Gefendigung fährst, dann werde ich diese Tritte abhauen. Da schießen die auch schon sehr welche. Ja, dann geh an die Handzerstelle. Das ist ein Pott. Ah, okay. Fahr einfach irgendwo anders hin zu sein. Oh, ist er gleich da. Nur dort wird er sterben. Gut, da gibt's nur noch 21 Gegner, ne? Ich geh gleich mal meinen Loot holen. Wo waren die jetzt? Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Das sind Schildblasen. Wie kann ich denn eine Waffe wegwerfen? Das weiß ich leider auch nicht. Oh, wir müssen. Hier sind mal ein paar Waffen. Ja, aber ich würde gerne wissen, wo meine Waffen sind. Ich glaube. Ja, irgendwie nix mehr da, ne? Oh, oben wird geballert. Ja, dann bleiben wir mal da weg. Da ist noch Wasserbändigung oder Feuerbändigung. Oh, cool. Feuer, jawoll. Mach mal euer Ding. Euer blauer Kraft hier. Erstmal. Voll. Ja, die Zone kommt schon. Ja. Bleib mal stehen. Da hinten ist Ballerei. Bleib mal hier. Kommt mal zu mir. Ich kann nicht mehr weg sein. Ja, da wird auch los. Ja, da wird auch los. Ja, da wird auch los. Oh, hier sind die ganzen Waffen von ihm. Oh, ich kriege mich. Warte, das war mal noch. Scheiße. Ja, bleib stehen. Komm, renn mit. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Komm. Oh nein. Fuck. Das geht doch, das geht doch zu weit. Die, die Zone. Da komme ich nicht mehr zurück. Ja, der Partion ist gut. Ich habe so gute Waffen jetzt gehabt. Nein, du bist. Ja, ich bin auch umgefallen. Gutes Timing. Ja, heute reicht's. Ja, auf jeden Fall. Das war mir interessant. Ja, absolut. Wunderschön. Ciao, Agata, macht's gut. Schönen Abend. Ebenso, dankeschön. Dankeschön. Und bis morgen. Jawohl, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Genau. Ciao. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall wünsche ich noch einen wunderschönen Abend, süße Träume und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.